Dankeschön für 10 Rosen. Nein, ich bin keine Schauspielerin. Nee. Äh, war ich mittlerweile wieder. Ja, Dankeschön fürs Teilen. Maxi King, danke für dein Follow. Drei Bubis? Nein. Äh, zwei natürlich nur. Also eine dritte habe ich mir nicht noch reinmachen lassen. Äh, warum so riesige? Weil die gemacht sind. Also die habe ich mir quasi so ausgesucht. Äh, sieht so aus wie drei. Nein, Quatsch. Das sind ganz normal zwei. Mario, Dankeschön für deine Rose. Äh, schade, folgt dir jetzt. Danke fürs Teilen. Aber gefällt es dir so groß? Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich bin da vielleicht ein bisschen gestört in der Hinsicht. Aber ja, ich möchte sie gerne noch größer. Äh, darf ich dich im... What? Sieht man Narben? Ja, man sieht Narben. Äh, Dankeschön fürs Teilen. Äh, ich hasse dich. Okay. Bist du verlobt? Nein, ich bin nicht verlobt. Der fünfte fand ich dich so komisch. Das ist unser kleiner Insider. Stimmt's? Ähm, Dankeschön fürs Dippen. Schaut gerne bei Insta rein. Habe ich hier verlinkt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Habe das selbe Torbo. Ja, von New Yorker, ne? Hast du eigene Wohnung oder Haus? Äh, ich habe eine Wohnung. Kann ich bei dir dippen? Natürlich, Leute. Alles schön fleißig auf den Bildschirm dippen. Ähm, ist lustig, oder? Naja, es geht. Ist halt jedes Mal derselbe Witz. Also, ähm, Dankeschön, Leute, fürs Dippen. Äh, danke fürs Teamherz. Äh, aktuell habe ich ein C, aber wie gesagt, ich hätte gerne noch ein D. Äh, nee, habe ich nicht geschaut. Äh, danke fürs Thema Band. Äh, Leute, eure Kommentare. Ähm, schönen Tomaten. Ähm, mein Bodycon ist drei. Dankeschön fürs Stylen. Schöne Augen, Dankeschön. Operation, ja, habe ich gehabt an den Kirschen. Äh, ich finde es noch okay, aber würde es nicht größer machen. Aber deine Entscheidung, ja, mal gucken, ne? Wie gesagt, es ist ja noch nicht morgen oder so. Schöne Haare, Dankeschön. Ähm, ja, Leute, ihr könnt sehr gerne auf den Bildschirm dippen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ähm, ist blond deine Naturhaarfarbe? Äh, meine Naturhaarfarbe ist ein bisschen dunkler wie diese. Also ich habe von Natur aus eigentlich so, so ein Dunkelblond. Äh, kann ich auch dippen. Jeder, Leute. Immer schön fleißig auf den Bildschirm dippen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Äh, bist du Single? Die Frage möchte ich nicht so gerne beantworten. Äh, warum sind hier nur Jungs? Ich weiß es nicht. Sind hier aber wirklich nur Jungs oder sind hier auch ein paar Mädels? Willst du noch was im Gesicht machen lassen? Nee, also in meinem Gesicht habe ich nichts vor, irgendwas verändern zu lassen. Bist du eigentlich voll sympathisch. Dankeschön. Ich. Siehste, ein Mädchen haben wir hier. Wir kennen uns ja jetzt so da mit diesem Witz. Wie meinst du das? Pavel, Dankeschön für dein Teamherz. Mach mal Fiesig größer. Äh, du siehst so schön aus. Das System zählt auch Charakter sowieso. Hello. Bist du ein? Nein, bin ich nicht. Ich bin keine Schauspielerin. Äh, wie alt bist du? Ich bin 22. Steve, Dankeschön für deine Rosen. Vielen lieben Dank. Danke für den Bratapfel. Äh, meine Lieblingssängerin. Lana Del Rey. Aber Lieblingsschauspielerin oder Schauspieler habe ich nicht. Wie heißt denn deine Haarfarbe? Ähm, ich habe so ein Erdbeerplonsch. Ähm, Dankeschön, Mario, für deine drei Rosen. Schaut noch sehr gerne bei Insta rein. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich komme dann um 16 Uhr wieder. Äh, bis dahin, ja, wie gesagt, mache ich eine kleine Pause bis 16 Uhr. Danach bin ich wieder da. Bis gleich, Leute. Schaut bei Insta rein. Äh, habe ich hier verlinkt. Und dann... Ich habe hier verlinkt.